Hallo, ich bin Luca Ferrari von E-Roller Futura und wir haben gerade eine tolle Probefahrt gemacht und haben eine E-Roller Igel verkauft in der Lithium-Version. Vielen, vielen Dank für den Kauf und möchtest du auch noch was sagen? Ja, vielen, vielen Dank für die ganz tolle Beratung und ich freue mich jetzt endlich E-Roller fahren zu können. Ja, danke schön, dass du uns besucht hast und für die Probefahrt und viel Spaß mit deinem E-Roller Igel von Futura. Mach's gut und allzeit gute Fahrt. Tschüss! Noch mehr Fotos und Videos, die besten Preise und Preisaktionen findest du auf unserer Homepage elektroller-futura.de Wenn du keines unserer neuesten Elektro-E-Scooter, E-Bike und Elektro-Kabinen-Roller-Videos verpassen willst, abonniere jetzt den Kanal von Elektro-Roller Futura.